By the way, Leute, unsere Fokus-Trikots sind jetzt online bei unserem Partner DevShop. Links unten in der Videobeschreibung. Schlagt gerne zu. Yo, es geht, Leute, und willkommen zu einem neuen Fokus-Video. Heute mit dabei sind Büschler, Sidney, Reason und ich und natürlich auch Robin. Ich habe mich kurz vor Robin genannt, tut mir leid, aber erst mal ausgesehen. Ja, wir spielen heute Codenames. Lasst ein Like da, subscribt und viel Spaß. Okay, wir machen Team Türkei gegen Team Fortnite. Let's go. Ich zeige euch mal kurz die Wörter, wer lieber mitraten will, schaut jetzt, solange das Dicken zu hören ist, weg. Oh mein Gott. Richtig doch, wenn du auf die Eind! Oh mein Gott. Äh. Oh, das ist alles durch. Hm. Gut. Ich habe Geselle, aber. Man darf nur ein Wort eintippen, ne? Ne, darf man nicht, oder? Ja, ein Wort darfst du eintippen. Das muss ein Wort sein, was existiert, ja? Also macht jetzt nicht irgendwelche, ne? Können wir auch auf Türkisch schreiben? So, wenn, wenn Riesen das nicht rausfindet, ist er der schlechteste und ich schwöre, der schlechteste Codename. Das ist richtig blöde von dir, blöde von dir, danke. Was für ein Baby, was für ein Baby und Haare, Digga? Okay, jetzt weißt du schon mal, Baby ist das nicht. Oh mein Gott, Lame. Danke, Lame. Oh mein Gott, hör, was, was? Was ist jetzt, aber, das ist Rick jetzt, hallo? Wie, was für die Hälfte? Gelbe Karte. Warum, was hab ich gemacht? Er hat es ja noch gar nicht ausgewählt. Trotzdem. Ach so, wie steht der Name? Bei mir steht der Name. Ja, das ist noch mal. Ja, das ist noch mal. Ja, das ist noch mal. Oh mein Gott, du bist so hohl, was ist das denn? Hey, warum? Du kannst doch nicht Haare machen, wenn die das Wort Bart haben. Herr Burgum, wie war das rot? Boah, das ist so, ja. Hey, ich schwör mal hier, das ist rot gewesen. Ja, danke, Bro. Mal, 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 mal. Lame ist handelig. Hey, bin ich müde oder einmal scheiße? Warte mal ganz kurz. Hey, ich bin lost, glaub ich, oder? Ne, meiner Bock. Ich hab gedacht, wir werden blau scheiße. Oder nein, weil wir waren es rot. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. Da hättest du auch Vita V2 machen können. Da kommt das Geld aufs Konto. True. Da müssen wir schneller kommen. Nein, wir sind rot. Ja, okay, okay. So, Riesen. Wir müssen aufholen. Kann nicht mehr. Wir müssen aufholen. Ja, warte. Hä? Okay. Okay. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es nicht mehr, es kommt beruflich. Es ist doch okay, ich weiß es, du kannst ein anderes wollen. Mach eine 2, ich weiß es. Ich hoffe, du hast es auf dem Schirm. Ich probier es mal. Auf jeden Fall. Ah, ich weiß es. Adlon? Oh mein Gott. I got you, I got you, I got you. I got you. Mach erst mal 3. Ach, super, super, super. Nächster Film. Wieder. Und was willst du mit mir? Von mir wird reich. Ja, hängt drüber nach. Oh mein Gott. Sag ich doch, top 3 worst Codenames players. Du hast ein neues Wort eben genommen. Du bist tot scheiße. Oh mein Gott. Holy shit. Wow, ich war kurz. Ja, perfekt du Hund. Äh, was, hallo? Hallo, sorry, sorry. Oha. Du bist tot scheiße. Oha. Was er sagt? Goeppig. Ja, aber was ist das denn nochmal? Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet hier, das eine. Okay, jetzt kann ich schon mal nachdenken, was ein Wort komisches ist. Okay. Ja, ich weiß welches. Ich auch. Ich weiß welches, es ist hundertprozentig. Schuhe. Okay, Lame, ich hab das, ich hab das, da auf dem Kopf das Wort, zu hundertprozent. Okay, ich weiß es auch nicht. Go, 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 go. Du meinst, du kriegst es gleich hin, dass wir alle drei Wörter in einem kriegen? Ne, drei nicht. Zwei könnte ich nicht tun. Ich mach mir viele, Lame. Ich mach die viele? Ja. Guck mal, zum Beispiel, Zone und Pistole. Fortnite. Nur falls die jetzt rot sind. Gutes Beispiel gewesen. Okay, Bro. Mein Team hat ja nehmt ein blaues Wort genutzt. Das hast du, Bro, das ist easy. Das hast du. Ich schwöre, das war nicht dumm. Ne, das war nicht dumm. Ich hätt's auch genommen. Na, ehrlich, nicht dumm. Also, ich weiß jetzt, welches es ist. Ja, Lame, du bist richtig krass, was du beimachst. Bro, die Birds sind halt aber auch kacke dafür, dass man zwei nehmen kann jedes Mal. Aber du bist ja einfach dumm. Du bist halt wirklich dumm. Ja, das ist krass. Du hast mich die letzten vier einfach raten, so. Im Wunder, dass du guten Fortnite bist, Digga. Ich kann mir einen schon denken. Niku? Niku von 22. Also, Lame, du hast ein blaues gelombt und sagst mir, Sport. Und da kann man nicht immer Schuhe machen. Sportschuhe. Ich weiß, was andere jetzt ist, aber. Ja, du weißt ja auch noch, was das andere Wort von Reich ist, ne? Du Schlaumeier. Ne. Ja. Ja, hast du gesagt. Das ist was du. Wohl. Ja, vielleicht weiß ich. So, free gegen euch. Jetzt musst du vier machen. Ey. Und dann? Hüke hier. Hüke hier. Du musst jetzt nochmal über Reich nachdenken. Du musst jetzt nochmal über Sport nachdenken. Und jetzt. Ey, hey, hey, gib mir keinen Tipps. Was soll denn das? Ja. Okay, ich rat. Mach einfach vier. Du musst vier machen, ne? Also. Mach. Leid umguck. Leid umguck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kann ich warten. Mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Leid umguck. Ja, eins ist noch einfach. Leben. Nicht mehr reden. Eich, boh. Was ist denn? Na, das fehlt nix. Gib ihm Zeit. Gib ihm Zeit. Ich darf ihm dann noch was sagen, was die letzten Wörter waren. Nein. Unsere letzten Wörter. Natürlich, natürlich. Er kann's ja sehen. Boah, ich kann's gar nicht sagen. Ist vorbei. Okay, warte mal. Ist ja dumm. Wenn er's sehen kann, kann ich auch reden. Wurde. Ich sei einfach ne schlechtes Verlierer. Endepause. Oh mein Gott, warte mal. Nein, ich darf nicht. Nein. 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 Ich geh mal. Okay, ich treu mich das Wort. Mach es richtig, richtig, richtig einfach. Ja. Kennen Sie, ich schaff's jetzt nicht? Boah. Ne. Ja, das mach ich lieber nicht. Ja, warte mal. Ich glaub ich jetzt nicht so, dass ich das nicht so habe. Irgendwie ist das Wort Kacke. Ich hab totgesellt. Ich hab totgesellt, bro. Ich seh das einfach mal. Ich hab auch. Aber ein Wort hab ich wirklich gesellt. Ja, ich wusste, dass es Wort ist. Aber warum reich mit Belgien? Hä? Nein. Ich mit Schein. Schein. Schein, Digga. Was hast du, wenn du reich bist? Scheine, bro. Scheine, Scheine. Was ist Belgien? Wie soll ich das? Und Landschaft. Landschaft. Landschaft und Forst auf. Landschaft. Belgien ist ein Land, bro. Der Wurf hätte ich haben können. Also hat die Leben dich gecoacht, am Ende hättest du's geschafft. Landschaft, Landschaft, Landschaft. Das ist echt, hättest du's gecoacht. Aber die wollten das nicht reden. Ich hätte gesagt, du denk an Sport nach, wollte ich sagen. Denk doch wieder an Sport nach. Du machst es nicht. Landschaft, ich hatte Landschaft, habe ich so gedacht, an so ein Bett. Ich geh ins Beimaster, du hast es echt nicht gut. Das war jetzt aber ganz einfach. Was, Tode ist? Lass mich, lass mich Spymaster wieder. Nein, nein, du hast recht. Nein, tauscht, tauscht. Ihr müsst tauschen. Wir müssen tauschen. Ey, bitte, noch einmal Spymaster. Nee, du hast schon verkackt, Hulein. Du hast verkackt. Ich geb's jetzt, ne, jetzt. Boah, warte, jetzt muss ich mir erstmal die Wörter anholen. Ich geb's jetzt, ne, jetzt muss ich mir erstmal die Wörter anholen. Weckle, weckle, ha, bro. Ich zeig euch mal kurz die Wörter, wer lieber mitraten will. Schaut jetzt, solange das Dicken zu hören ist, weg. Was sind das für Wörter? Warum ist Robin jetzt schon wieder operativ? Ja, ich wusste doch auch irgendwie da drin sein. Nee. Okay. Er liegt, er liegt, der schreibt dir einen Safe-Discount. Bei mir ist alles weiß, Bro. Okay. Die erste ist immer der Schwerste. Meinst du? Ich bin gerade am Einfluss. Bei dir die anderen Wörter noch nicht so ein Koffers-Körper-Teil. Dieses Eins, wir müssen mal mehr machen. Wir haben gerade mit Travour gewonnen. Ja, genau. Oh, Mann, ich muss mich jetzt halt so umstellen. Wenn du das nicht weißt. Ich muss jetzt halt so eingeschränkt denken wie der. Warte mal ganz kurz. Ja, was du. Oh, Mann. Wenn du das nicht weißt, dann bist du wirklich, äh... Was? Jetzt los. Bro, aber das ist auch... Ja, aber das weiß ich doch nicht. Hey, ich bin aber kein Nein, was lau ist, du? HSV. Der hat so zähler, wenn er das macht. Ja, oh, schuss. Das ist eine Wort da oben, wird gut fast. Ja, dankeschön, Name. Dankeschön. Untergang hat er aufgepasst. Sowas hätte ich aber nicht gewusst. Ja, das ist ein Kusschen. Aber was meinst du denn mit der Raute? Was meinst du denn mit der Raute? Ja, das hat eine Raute. Hä? Das hat eine Raute auf dem Ball. Nimmt, das dachte ich mir nämlich auch. Wieso nimmst du es, wenn du es nicht weißt? Was denn das? Weil ich dachte... Weil ich wusste, dass die Raute... Ne, weil ich die... Nein, weil ich die... Wusste, dass die Raute in der Dingens ist. In der Hearthstone-Auflage drin. Das hast du doch gefragt. Ja, aber ich habe gedacht, das wäre ein Dingens. Ein Diamant. Ich soll ich gleich die nächste Runde mal eine Dingens machen? Riesen. Was? Ein Wild Guest, einfach mal so. Einfach so 50-50 drauf hoffen, dass es einfach nicht schwarz ist. Das sind das nicht so... So doofe Dingens sind hier. Mach mal gleich... Mach eins oder später kommen wir zwei mal. Ja, ja, ja. Mach mal zwei gleich schließen. Ne, eigentlich müsste man... Oh, wenn du schlau bist. Man müsste am Anfang mehrere Dingens machen. Ich habe was, guck, wenn du es drauf hast. Ne, das geht gar nicht. Also die Wörter sind echt... Bodenlos kacke. So... Du, 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 du 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 duee... Oh. Bleiben safe. Ich gehe ein bisschen um die Ecken denken, ne? Die sind eh blöde. Oh. Ahaaa. ich muss einfach so denken wie du es jetzt ja aber das ist halt auch ein risk ich hätte auch was anderes nehmen können im garten würde auch passen wenn du wüsstest was das für wörter hier sind einfach nur gesagt haben die leute die die dieses video gucken und ich gerade am handy bin ich schreibe meiner freundin damit das klar ist da ist nichts mit riesen oder sonst was soll ich halt nur meiner freundin ja nicht dass sie denken dass ich jetzt mit riesen schreibt oder so oder weil ansonsten steht in den youtube kommentaren wieder ja leben schummler leben schummler leben leben banane es geht nicht es geht einfach nicht ich habe geht nicht anders so wie es noch jetzt noch mal zwei zauber zauber jetzt noch mal zwei ich muss überlegen also ich muss gucken ob das zauber zwei oder zauber einen richtig schlagen auf krein okay weil diesen e grad wo er hätte weißt du so runter jetzt soll das bitte gut aber kann ich zaubern ja man kann sich zaubern denn jetzt am lenkug probably doing das wort was ich sage dass also da darf kein wort da drin sein was von dem also ich war es mal so und ich mache zwei ich weiß nicht ob du ob du drauf kommst jetzt nicht so gut an ich mache es einfach muss ja nicht zwei nehmen doch machen wir so machst du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du hast ich mache eins und dann kannst du einfach noch ein zählen das ja mach mal so hat gemerkt warum dass ich deine nummer gar nicht gespeichert habe ok danke bro kein ding auf süß ähhhhh hab jetzt gerade erst gemacht kuss ja und frage ist es ist so ein bisschen weit gegriffen aber vielleicht kommst du drauf ja das doch der 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 Soll ich einfach drücken oder nicht? Tu es. No reason of fun. Ich hoffe, wenn ich es weiß, wenigstens. Nein! Schade. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Schade, 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 schade. Okay, aber jetzt habe ich noch im Kopf, dass da irgendwas damit ist. Okay. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, guck jetzt mal eine Runde. Ja, es ist... So ein richtiges... So ein richtiges... Full-English-Breakfast-Poder. Bitte jetzt mal. Mach mal. Mach mal. Ich denke, bei sowas immer richtig abstrakt. Bruder, wer hat dich kochen lassen? Ich schwör sogar. Was passiert hier? Ist das schon ein Wort, ja? Ach du Scheiße. Da komme ich ganz sicher nicht drauf, Bro. Was ist das denn? Hier würdest du drauf, kommst du, ne? Ähm, ja. Ich auch. Ich auch. Keine Ahnung, Mann. Oh, das ist, also... Irgendwas einfach. Ja. Real ist halt krass. Bist du dumm? Was war das für ein Wort? Kater. Kater! Oh, jetzt habe ich... Nimm nicht das zweite von stark. Nein, 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 nein. Lass die zweite von stark offen. Also... Okay, okay, okay. Bitte abzocken, komm. Lies dir auch alle Wörter durch, Lame. Gab es kein besseres Wort dafür? Das könnte der Klapppunkt... Bitte lies dir alle Wörter durch. Also das war real nicht so schwer. Nein, das war... Ich versuche mal zwei zu machen, okay? Das krieg ich hin. Oh mein Gott. Ja, ne. Und dann haben sie den Salat. Oh mein Gott. Boah, okay, oder? Warte, das... Das könnte klappen. Okay. Und schon hast du es nicht klappen. Ich weiß aber nicht, ob du drauf kommst, das... Ich bin ein Hater. Ich bin ein Hater. Guck mal, mach mal so. Weißt du's? Ja, ich weiß es jetzt. Mein Gott, ich weiß nicht, ob das Schlaue ist, das zu machen. Ich hab Angst. Nein, keine Angst. Ich hab den zweiten von Stark hab ich eh. Hast du? Ich hoffe. Okay, dann mach ich das. Ich mach dann zwei, ja? Warte, zwei fürs neue Wort? Genau. Also das sind zwei neue Wörter. Ja, war verlor. Dann hast du noch... Da hast du noch was. Ich schubte auch nicht reden vor ihm. Jetzt machen wir uns hier. Ja, ne. Nicht so wie möglich zum Gewinn. Ich gebe mir keinen Tipp. Ich gebe mir keinen Tipp, ich wollte es ihm sagen, was er richtig gemacht hat und was nicht. okay entspricht war es ist jetzt unfassbar gar nichts sagen gar nichts sagen hier gar nichts letztes mal wie was hast du gerade gesagt wir machen das so ist du schaffst das ich glaube an dich jetzt zwei neue das sind jetzt ein neuer ja so jetzt mal aber hier mit dingens mit schmack ist ach du scheiße der kopfteil du hast du hast du hast eine ist ein knochen im ohr das ohr sind knochen was du hat nein du hast du hast das eigentlich gar nicht das ist so noch eins auf dem schirm kommt dass das was am nächsten ist das ist einfach ab du es darf nicht von den treten ist du es du es ihr habt auch gerade ein halbes jahr gebraucht ja für ein wort entspannt euch nein ich weiß damit dass er eins von uns dann klicken soll aber dann hätte sie doch selbst gemüse oder so was ich gehe nach drei jahren gleich mal wieder ins gym was sagt er dazu kurz moll talk halten so lange wiesen also ich muss sagen die wörter diese runde sind viel schwerer als ja also wenn es die zwei sind dann ist gut alter hast du die anderen hast du das noch im kopf hallo und reden ich durfte das auch nicht sagen vorhin zum beispiel schon wieder was denn das ist alles gut ich durfte die letzten wörter nicht sagen und alles für den moment machen wir müssen alle drei am besten das geht nicht das passt gar nicht man lebt stark noch stark lebt noch ja aber das ändert er macht das dritte und ich muss dann braten okay dann start das smart ja das ist das problem ist auch riesen links du kannst beide in zwei wörtern für mich gleich ja eigentlich dass wenn ich das verkündet dann kannst du das was wir müssen eine minute 37 sekunden später ich mache jetzt drei du schaffst das okay bisschen lachen das ist für das dritte wort alter das ist aber kommt ja okay okay oh mein gott es ist spannend gesetzt stark kopfteil nö tina nö nö zelle könnte kopfteil sein stück nein flukulade kann stark sein das war mein gedanke atlas ist eigentlich ein knochen im kopf tatsächlich an der halswirbelsäule der oberste knochen er heißt atlas ja ja ich nehme stark ist die schokolade okay wir sind zwei wörter bitte tue es ja gut können sie trotzdem weg ist okay ich mache jetzt für kopfteil müssen noch nicht scheiß auf kopfteil oder beide zusammen die längste aufnahme überhaupt wir sind schon 35 minuten am aufnehmen und was ist das muss zählen sein nein nein stück kann auch sein kommst du hast es du hast es ist für mich eher stück mach was denn herz sie sagen wie soll ich achse und gesetz verbinden und musik und untergang guck dir mal meine wörter an musik untergang achse und gesetz wie soll ich da irgendwas verbinden es ist untergang gesetz zusammenbinden können wie denn untergang gesetz anzeige warum ist denn jumbo stark ich hätte ja genau ich hätte essen gemacht und jumbo und rüber einfach aber das hätte auch kürbis sein können das war auch richtig egal hallo 2 0 für uns du bist so korrekt in diesem spiel du hast gezählt weißt du warum du hast ein wort von dem getippt du hast kater gedrückt bei abstieg im untergang hat er in dem moment keinen sinn gemacht für mich ja warum denn kater weil der kater dich in den untergang treibt jungen nachts ich hoffe euch hat das video gefallen lasst ein like und ein abo da check die anderen aus und ciao ciao